Was ist das? Heutzutage! Das ist immer eine Industrie. Wie elegant! Das ist Henkel! Das ist wichtig! Oh! Oh! Komm erst mal! Ja! 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 Vanished Oxy Action? Von der Konzern? Henkel? Nein. Oh! Die sind halt so, die sind halt so. Äh, Vanished und Frogtime Gamble. Nein, leider auch falsch. Ähm, Vanished? Frogtime Gamble. Das ist leider falsch. Buh, ein Wickel und ein Wunsch! Nein, nein, nein! Was? Ihr müsstest erraten! Haben wir die Chance? Ja, klar! Was geht? Ihr könnt euch jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. Vanished, Unilever. Nein. Nein. Wer noch irgendwer? Sorry! Einfach so noch! Äh, Vanished von Henkel. Nein! Nein! Wart mal! Vanished und es war PMG. Henkel? Nein! 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 Aufmerksamkeit! Nein! Benished, Unilever. Wenished! Wart mal! Und Hen niedrige Mut. Oh nein! Wart mal! Wart mal! Wart mal! Wart mal! Wart mal! Wart mal! Wenished. Wart mal! Die machen auch Durex. Die machen Durex, Brotan, habe ich vorhin gesagt, mal sehen, wie wir auch, oder? Jetzt ist er ja zu lang. Jetzt ist er zu lang. Ich sitze im Mannheim. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Jemand hat's gerade gesagt, was jetzt soll ich hin und sag's. Lass dir Zeit.